So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Magic Cannon Lootus. Bei einer kleinen Aufnahmesession zwischendurch. Natürlich wieder mit dem größten Fehler, den man machen kann. Einen Bosskampf angehen und dann erstmal eine Aufnahmepause machen und dann irgendwann weitermachen. Wir hoffen mal, wir kriegen jetzt diesen dämlichen Harlequin. Zerzwirbelt, zerlegt, zermatscht, zerhackt, zerstückelt. Jetzt bin ich total unlustig. Oh, jetzt müssen wir gleich mal gucken hier. Da ist er. Okay, geht schon mal gut los. So, mal die Karte ausblenden. Oh mein Gott. Okay, wir werden jetzt mal ganz vorsichtig hier spielen. Weil der Typ hat einige miese Tricks im Petto. Oh, wow, 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 wow. Was macht er denn jetzt? Ah, ah. Boah, ist das fies. Ich hasse dich, Clown. Dafür wirst du zur Hackstücke. Ja, bin ich mir ganz sicher. Dafür zerlege ich dich. Du Sack. Ich mag keine Clowns. Ja, eigentlich schon. So schlimm sind sie gar nicht, aber den mag ich nicht. So, wo bist du? Zeig dich. Ah, schnell hin. Nein! Arsch. Oh Mann. Können Sie nur noch um Stunden handeln. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Den kriegen wir klein. Wenn nicht in dieser Runde. Dann in der nächsten auf jeden Fall. Da ist er. Ah, das. So, was kommt jetzt? Okay. Ah, gefunden. Was ist das? Oh, eine Kuh. Ah, abgedrehtes Spiel. Voll der Psycho-Clown, ey. So, wirft wieder seine Bomben, der Spinner. Ah, gut, den Dreh haben wir raus. No problem for me, eh? No problem. Da ist er. Ah. Ah, zack. So, konzentrieren, konzentrieren. Bisschen Leben haben wir noch. Aber ich befürchte fast, dass er uns erwischen wird. Er ist bei der Hälfte. Wir haben relativ viel Leben verloren. So, nach da hinten, der Arsch. Was zum Was zum Krankes Spiel? Bleibt der Bär jetzt da? Oh. Oh. Was zum Wer ist denn der? Wer läuft denn der Glaskugel? Oh nein. Ist nicht gut. Komm her. Komm her. Nein, er ist da drüben. Verdammt. Ah. Okay, jetzt muss ich zugeben, komme ich schon langsam ins Schwitzen. Au. 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 Mit den Bären, ey. Das ist ja ultra fies, ey. Ah. Blödes Bitch-Spiel, du blöde Sau. Äh, was? Habe ich nicht gesagt. Ist ein schönes Spiel. Herausfordernd. Und, ihr wisst schon, ne? Zeugs halt. Mist, falsche Taste. Okay, wir konzentrieren uns. Wir haben schon wieder Schaden genommen. Es hat kaum angefangen. Juhu. Da ist er. Au. Ich krieg das hin. Keine Frage. Vor allem rennen wir hier von einem Bosskampf in den nächsten, ey. Das ist so fies. So, haben wir noch einen Treffer gelandet? Ich glaub, hier sollten wir mit Feuerbällen arbeiten. Das ist, denk ich, fast... Okay, er wehrt sie ab. Ah, der Gedanke war gut. Hm. Da müssen wir schon wieder bei der Hälfte an Leben. Nicht gut. Bei den Anfangsdreh hab ich jetzt raus. Das ist so weniger das Thema. Oh, jetzt geht das wieder los. So, wir konzentrieren uns. Also, hier renne ich jetzt nicht mehr rein. Es ist mir zu heiß. Und natürlich renne ich genau in den Moment rein. Ja, aber nur Spaß. Ich erzähl immer solche Sachen einfach nur zum Spaß, so. Um das Ganze ein bisschen spannend zu gestalten. Ja, ja. Ich hasse dich, Clown. So, gleich kommt wieder der Bär. Ich freu mich. Okay. Jetzt kommt der Bär. Ja, wusste ich doch. Dass wir gegen den nichts tun können, ey. Total gemein. Ja. Es ist nur ein wenig anstrengend. Also, das sieht anstrengender aus, als es ist. Es ist eigentlich total Pille-Palle. Hm. Ihr kennt mich mal. Ganz ehrlich. Ab jetzt hasse ich Clowns. Oh. Dankeschön. Mist. Das war es fast wieder gewesen. Ach, Mann. Bei einem ist es immer der Letzte irgendwie. Gibt's doch nicht. Was kommt jetzt? Wieder Bomben. Okay. Okay. Ein Satz mit X. Das wird wohl nix. Hm. Nimm das. Blöder Clown. Boah. Jetzt bringt dir wieder seine ganzen Freunde zustande. Vor allem sind es immer der Letzte. Das heißt, wir müssen hier immer in der Phase alle töten von dem. Was kommt jetzt? Wird er jetzt extra nochmal seine kriegen? Nee. Okay. Das schaffen wir nicht. Wow. Was sagt er? Und die Musik wird immer abgedrehter? Oh. Und der wird immer schneller. Na klar. Geh weg. Geh weg. Mr. Bear. Geh weg. Ah. Scheiße. Ja. Nein. Mist. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ich fühle mich gar nicht gestresst. Dann dürfen wir mich nur noch einmal treffen und dann bin ich Musmatsch. Und das wird wahrscheinlich jetzt passieren. Ja. Boah. Fuck you. Fuck you so much. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Du bist fährlich. Eigentlich müssen wir hier immer nur in die Gegensätze Richtung laufen. Wir sind safe. Merken für nächstes Mal. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay. Nächste Phase. Klingenwurf. Weiß wir erstmal aus. Ich will nicht sinnlos Lebenspunkte riskieren. Die brauchen wir alle am Ende. Entgegengesetz stellen und zugucken mal. Das klappt ganz gut. So. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Klinge. 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 So. Geht jetzt wieder Fahrrad fahren? Ja. Gegengesetz stellen. Warten. Also wir haben es jetzt langsam raus. Zumindest die Anfangsphase. Ist dann nur noch die Frage, wie wir das im Enrage regeln. Ah. Schlagen. Ah. Einen Schlag haben wir noch platziert. Sehr gut. Klinge. 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 Hier traue ich mich nicht so ranzugehen. Weil selbst wenn ich springe, dann fängt der Penner an nach oben zu schießen. Ganz ehrlich. Jetzt weiß ich, warum Leute Clowns unheimlich finden. Das ist der Grund dafür. Okay. Wir haben ihn fast bei der Hälfte. Ja. Und jetzt gehen wir diese Spaßphasen los. Vergiss es. Vergiss es. Arsch. Ein bisschen Mana reggen. Ausweichen. 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 So. Jetzt geht er bestimmt wieder Fahrrad fahren. Okay. Schnell hinter. Mit dem Teddy wird das dann nicht mehr so einfach gehen. So. Keiner grisli in der Glaskugel. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er da? Na ja. Wenigstens Eintreffer. Das schon wieder. Kommt her. Weg. Weg. Vergiss es. Nein. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Ah. Bitch. Oh. Blöder Arsch. Lalalalalala. Oh. Hoppala. So. Jetzt kommt der Bär dazu. Ich freue mir. So. Was macht der jetzt? Ah. Okay. Spaßphase. Aua. Da geht's auch schon wieder los. Scheiß Bär. Geschafft. Uh. Okay. Schnell rüber. Wow. Ich hasse dich Bär. Wow. Das war knapp. Die konnte ausgewichen. Alles nur mit meinen überragenden Skills. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wissen rüber. 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 Oh. Knapp. 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 Ich erwisch dich noch. Du Arsch. Ich erwisch dich noch. Ja. Und da haben wir ein paar Treffer gelandet. Wuhu. Jetzt fliegen wieder die Bomben. Wow. Und einen in einen reingerutscht. Na. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wow. Au. 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 Alter. Kannst du mich mal. Schnell rüber. Ah. 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 Ich hasse dich Spiel. Verdammt. Der steht auf der anderen Seite. Nein. Kommt. Ganz viele Bomben. Ja. Huah. Oh. Natürlich dreht der genau hier ab. Penner. Penner. Dann kommen wir gerade nicht mehr wirklich an den Sack ran. Wie ich es dem Bär irgendwie loswerden könnte, ey. Das sieht so nicht so aus, als würde man den. Oh Mann. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Aufs Maul. Die Musik wird schneller. Das Ganze kriegt mehr Speed. Huah. Nein. Nein. Das war unfair. Schiebung. Ich gerade damit, dass der fair spielt. Das ist ein Clown. Der spielt nicht fair. Clown sind immer unfair. Ah. Das ist jetzt blöd. Grizzly, du stehst ungünstig. Hm. Boah. Nein. 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 Nimm das. Blöder Sack. Wie viele kommen denn noch davon? Schickung. Jetzt kommen Haufen Bomben geflogen. Wow. Fuck. Oh, Bär. Ich hasse dich. Hm. Fehlt nicht mehr viel. Mist. 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 Mirch. Ich will nicht mehr. Alter. Oh, leck mich doch. Nein. Wir haben ihn fast. Scheiße. Oh, da hinten ist er. Oh, da hinten ist er super. Oh, da hinten ist er super. Oh, da kommt wieder der Bär. Und jetzt kommen wieder 10.000 Bomben von allen Seiten. Ja, das war's. Mann, verdammt. 20% haben noch gefehlt. Ey, das gibt's doch nicht. Aha. Macht's mich alle. Minus 15% Mana, dafür Mana-Recken. Plus 20 Feuer-Damage. Haben wir noch mehr mit Mana-Reck? Ja, nehmen wir das hier. Dann probieren wir's mal mit ein paar Feuerbällen dazu. Wir kriegen den schon platt. Das ist nicht viel, aber wir machen mehr Schaden. Und da hat es schon mal ein Anfang. So, kommt wieder Anfangsphase. Wird jetzt nicht so gerade schwierig werden. Mal eine Runde chillen hier. Ich muss mir das von der Phase davor überhaupt wieder erholen. Das war ja echt Porno, was er da veranstaltet. Kriegen wir den eigentlich da oben? Nee. Nicht wirklich. Nein, der steht auf der anderen Seite. Mist. Aua. Mist. Okay, jetzt haben wir gepennt. Die Musik wird schon wieder schneller. Hm. 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 Nein. Ich muss aufhören mit der Steuerung rumzuspielen. Hm. Das ist schlecht. Uah. Hm-hm-hm-hm-h-hm. Hm. 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 Mein Herr, sie können mich machen. Den da hin kriegen wir wieder nicht. Mann, ey. Ja, ich probiere gerade ein bisschen mit den Skills rum. Okay. Ja, sorry, wenn ich gerade nicht ganz so viel reden kann. Was ist das denn schon wieder? Ich habe ihn doch... Oh, ist das fies, ey. Blöder Penner. Ich hatte ihn rausgeholt, aber ich konnte ihn nicht treffen. Hihihi. Obst an den Kopf. Na, vergiss es. So, jetzt kommt wieder Mr. Bear. Hallo, Mr. Bear. Schön, Sie zu sehen. Klinge. Klinge. Und Klinge. So, was kommt jetzt? Bombenwurf. Das ist ungünstig. Oh Mann, ey. Gerade mal wieder bei der Hälfte. Da hinten ist er. Schnack. Verdammt. Komm her. Blöder Arsch. Nein. Nein. Verdammt. Natürlich sieht er jetzt sein Kuhmist ab, ey. Oh. Jetzt kommen wieder die Bomben geflogen. So. Rüber. Rüber. Oh. Feuerwahl dahin. Da ist er. Weg, 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 weg. Hinten ist der letzte. Komm. Oh. Hinkseinschlag platziert. Ich darf die Kuh nicht mehr vergessen. Das endet sonst böse. Mhm. Mhm. Da hinten ist er. Juhu. Mhm. 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 Oh Mann, ey. Ich will nicht mehr. Jetzt sah es ja noch schlechter aus als in der letzten Runde. Hammer. 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 Okay. Einen Versuch machen wir noch in der Folge. Ansonsten werde ich den dann mal so zwischendurch ein bisschen üben. Das sah gekonnt aus. Das Blöde ist, sobald die rennt, fängt die an, diesen blöden Sprint zu machen. Was mir eigentlich gar nicht gefällt. Na, falsche Taste. Da, diesen dämlichen Sprung, was sie eigentlich gar nicht machen sollte. Ähm, da. Ein bisschen Fruchtmagie, die uns hier hilft. Meiner Regen. Oh, Kuh schon wieder. Blöder. Mh. Mh. Komm her. Komm her. So, wir haben ihn fast wieder bei der Hälfte. Bombenwurf. Okay, wir haben Mana. Lebenspunkte passen halbwegs. Die Phase wieder. Kuh. Weg. Teddy. Hallo, Teddy. Habt ihr schon vermisst? War schon fast so langweilig ohne dich. Natürlich gebe ich jetzt mein Mana für jeglichen anderen Scheiß aus. Komm her. Blöder Sack. Hm. Hm. Das ist die Stelle, wo ich echt, echt ernsthaft Probleme bekomme. Wenn die ganzen Bombenwerfen und dazwischen kaum eine Lücke hat, um irgendwo durchzukommen. Ah, Kuh schon wieder. Hm. Fuhju. Vor allem, als wäre das nicht schwer genug, ey, schicken die noch so ein Bären ins Rennen. Das ist so fies. Natürlich direkt in der Kugel wieder drin, ey. Du blöder Drecksclown. Hm. Dies meine ich nicht mit mir. Muss hier drüben stehen. Da ist er. Ich will nicht mehr. Oh, das war knapp. 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 Und nicht schon wieder. Komm schon. Komm schon. Hm. Okay. Na, Kuh. Vor allem war die Kuna nicht mehr richtig explodiert und der Typ steht schon mal hinter der Ecke und wirft seine dämlichen... Sachte, 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 sachte. Seine dämlichen, was auch immer, der wirft. Stachel, Frisbee. Ne, ist da in den Treffer gelandet? Ach, schon wieder. Nicht genug Mana. Ah, welche Tod, welche Tod. Da kommen gleich Bomben. Oh, Mana, 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 Stachelkuchen. Oh, Alter. Gehst du mir auf die Nüsse? Du weißt gar nicht, wie sehr du mir auf die Nüsse gehst. Hm. Springen. Verdammt, ich tue immer wieder diese dämliche Elfe beschwören, damit ich dir die Phase etwas zunichte mache. Okay, theoretisch brauchen wir nur noch ein, zwei Treffer. Na, stirb. Blöde. Ja, der war einfach. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wo das Problem hier war. Kann man irgendwo Schwierigkeitsgrad erhöhen? Das ist ja langweilig. Oh, Moment. Jetzt muss ich wieder meine Englischkünste aktivieren. Das lief nicht so, wie ich es geplant habe. Wo hast du gelernt, so zu kämpfen? Ja, okay. Du willst den dämlichen Dolch, richtig? So, äh, Jocko, reichst du den zweiten Schlüssel nach Morgopolis, den Dolch von Young? Okay, du hast zwei Schlüssel, aber hast du das, was es braucht, um den dritten zu bekommen? Was? Haha. Hab dich nur verarscht. Viel Spaß in Morgopolis. Quitsch, 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 quitsch. Hau ab, ich will dich nie wiedersehen, du dämlicher. Hast du jetzt gespeichert? Ich brauche einen Speicherpunkt. Was ist das? Ein Goldring. Was ist ein Goldring? Damage. Damage plus... Cool. Mehr Mana und mehr Feuerschaden. Und plus 100 Schaden, wenn es diesen Enrage-Modus sind. So, wo ist ein Speicherpunkt? Stück nach rechts, runter und dann Speicherpunkt. Oh, ich brauche jetzt mal eine Pause hier, das war ja... Kopfsalat, Kopfsalat, Kopfsalat. Mehr Kopf, mehr Kopf, mehr Kopf. Und der Volk-Französische Revolution erhöht sich. Ein bisschen sarkastisch ist das schon. Das ist immer toll, wenn ich die Karte drücke und Pro mit der Steuerung. So cool. Butch, Butch. Ey, blöder Sack. So. Speichern. Okay. Gut, dann machen wir hier erst mal ein kleines Bäuschen. Wir haben den blöden Harlekin besiegt mit leichter Überlänge, aber wir haben es geschafft. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.